Ich seh auch irgendwie nie jemanden im Dunkeln tauchen. Ah, mein Kopf ist mir reingefahren. Wann? Jetzt? Ja. Wow. Ich leg mal auf, ne? Nicht, dass sie sagen. Ich hab Telefon drauf an, was der andere hergibt. Alter! Alter! Ist das ein ernst? Ist das ein wirklicher ernst? Kernbehindert? Warte mal, ich geh auch mal hin. Was stimmt? Ich hab dich nicht so über den Berg gehalten. Ich hab nie ausladen, wie guckt. Scheiße. Irgendwie Kernbehindert? Ich hab nur die guckt heute. Ah, ich hab schon mal gehalten. Ey, was ich ja die Bauch? Ja. Ey Ey. Ey Ey. Ey 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 ey. Ey Ey Ey. Ey ey ey. Ego! War raus, Dekker! Na ja! Nichts mit Blüten, ja, Passe! Komm mit! Ich habe Angst, da steht einer bei mir im Haus, auch drin, aber das wird ja lustig, wenn ich jetzt in eine andere Dimension, oder verreck gleich, ab dem schat zum Seltsam, ich . Ich habe es nicht so, ob es nicht so, ob ich jetzt so. Ich weiß, dass das jetzt passieren wird. Ich weiß es. Entschuldigung. Ich war im Halt. Ich wusste, dass das passiert. Ich bin einfach in der gelaufen. Und in dem Moment wusste ich nach zwei Sekunden, es wird passieren. Das ist nicht das erste Mal. Es ist sehr komisch. Es ist ein schönes Auto. Es ist sehr komisch, dass ich dann innerhalb den nächsten zehn Sekunden in einem Auto sitze. Das wusste ich nach zwei Sekunden. Und ich habe jetzt noch drei Gold abgebaut. In dem Moment im Auto. Ganz komisch. Also ich habe es dir nicht rausgeklaut. Ich habe erst mich abgenommen. Sorry, danke. Scheiß. Scheiß. Scheiße. Das war's für heute. Vielen Dank.